In diesem Pixel R-Schnipsel Tutorial lernen wir, wie man das Smart Resize Werkzeug in Pixel Rx verwendet. Das Smart Resize Werkzeug befindet sich im Layout- und Vorlagen-Tab. Klicken Sie auf Smart Resize, um die verfügbaren Anpassungen zu sehen. Hier können Sie auf die verfügbaren Proportionen klicken, wenn Sie nicht möchten, dass Ihr Bild gestreckt wird. Im größten Tab können Sie wählen, wo sich der Ankerpunkt Ihres Fotos befinden soll. Der ausgewählte Ankerpunkt stellt sicher, dass dieser Punkt in Ihrem Foto immer sichtbar ist. Pixel Rx bietet eine Vielzahl von vorgefertigten Maßen und Größen für beliebte soziale Medienplattformen. Durch Klicken auf Instagram-Beitrag ist Ihr Bild jetzt bereit zum Export und zur Veröffentlichung auf dieser Website. Wenn Sie mit der Größenänderung fertig sind, klicken Sie einfach auf Anwenden und Ihr Bild ist fertig. Wenn auf Ihrem Bild immer noch ein Hintergrund sichtbar ist, klicken Sie auf den Hintergrund-Tab, um eine Farbe hinzuzufügen. In diesem Beispiel werde ich den Farbauswahlbereich verwenden, um eine ähnliche Farbe für meinen Hintergrund direkt aus meinem Bild auszuwählen. Jetzt, da Sie wissen, wie man das Größenänderungswerkzeug verwendet, viel Spaß beim Erstellen mit Pixel Rx. Der ausgewählte Ankerpunkt Der ausgewählte Ankerpunkt Der ausgewählte Ankerpunkt